. So, jetzt haben wir das Eichhörn, lieber drauf. Vom Bildschirm. So. 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 Vielen Dank. Diesen Ort kann ich nur empfehlen, hier hat man noch fast einen Tierpark. Wir haben dann ausserdem eine wunderschöne Aussicht auf Ascona und Locarno. Ich sehe den Endkurs bei der Amsel in der Zentralschweiz schon länger nicht mehr. Normalerweise sehen wir es eigentlich immer, aber... So, und jetzt habe ich es mit der Steighandlung. So, jetzt haben wir noch vom Eichhörnli ein paar Sprünge gesehen. Hier versteckt sich jetzt der Wald hinter dem Olivenbaum und sonst ja. Da kann ich vielleicht noch etwas Aussicht zeigen. Aber man sieht hier unten Ascona, eine wunderschöne Aussicht. Ascona, Alido ist hier hinten. Und dann noch auf der Seite der Sonnenaufgang, wenn es weiter stinkt, ja. Und Locarno. Und so wunderschöne Ort. Dann wieder zurück in der Seite der Sonnenaufgang. Das ist jetzt also der Sonnenaufgang wieder, also der Sonnenaufgang. Vielen Dank.